Servus, Leute! Grüezi! Ja und hallo meine, hallo die Zuschauer von meiner Seite aus! Du nimmst doch nicht auf, du Fotze! Ja! Wer ist Detective? Nicht ich! Ich sag aber schon, dass das Video bei euch ist, ihr Affen! Wer ist Detective? Wer ist Detective? Hallo! Hallo! Wer ist Detective? Sag ich nicht! Was kann ich jetzt? Der Fotzen! Okay, für unsere Zuschauer Ja, die zweite Folge von uns kommt auf unseren Kanal, die dritte Folge kommt bei Pascals Kanal. Also diese Folge, das ist die zweite, die kommt aus 4 Dudes und Robin, fragt nicht nach den Namen. Und die nächste Folge kommt zu Minecraft Architektur, Link in der Beschreibung. Der Name wird eh noch, keine Sorge. Apropos Name, schreibt es in die Kommentare, die Aya Bros oder die Konsole Krieger. Oder wenn ihr noch ein paar Namen für die Dummen habt. Ja, gibt's auch in die Kommentare. So, was ich jetzt sagen wollte. Philipp, wir haben ja gesagt, wir sind Paluten GLP, wer ist dann bitte von uns wer? Ich halte beide seit GLP. Du bist du GLP? Jetzt kommt Streit raus! Geh fang werden, fang werden! Wo ist Anton? Dann kommt die Streit rein, jetzt kommt alles! Weil du Runder bleibst, deswegen! Ja, okay, das stimmt auch wiederum. Fack mir an, komm! Ja, die Wunder beginnt schon wieder längst. Die läuft schon seit fünf Jahren wieder. Ja, vorher bei TTC hast du immer runtergezählt. Ja, ich hab ja Aufnahme gestattet, also ist er schon angefangen. Boah, ja, beginn wir schon? Boah, jesus-maria! Boah, das hat ihr alle guter. Ich bin Skino und essen eine Snacks. Leute, ich bin noch kreativ. Äh, gut. Äh, ja, ich auch, warte, ich muss ändern. Bis sofort! Du bist auch kreativ? Überlehm, überlehm, doch alles in Überlehm. Es regnet draußen. Also, die Story ist, es regnet für sie in der Villa. Ich habe dich erwartet. Da ist ein Hai draußen, überhaupt. Hallo! Ich bin da fliegen daheim. Es ist kalt draußen, ich komme rein. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, Warte, hallo! Fliegt zu Hause! Ich geh mal wieder zu. Ich geh mal wieder zu. Hi! Was ist denn? Philipp, ich will dir was Gutes zeigen. Er hat ein Diamantschwert! Mein Tod? Ja, und dein Tod. Komm her! Slenderman, ich hasse dich heute. Wenn du Slenderman wirst. Ich habe dich erwartet. Oh, ich hänge im Spindnetz. Pascal, kannst du ein bisschen weniger stellen? Es kratzt. Krass. Ich bin das nicht. So ein geiles Stock wie ich. Herr Pascal, sei ich so, Philipp, meine ich, Philipp. Ah! Das ist krass! Genau so! Niklas ist es! Hä? Philipp war gar nicht bei mir. Hä? Wie hat er da geschrieben? Niklas ist es! Er war gar nicht bei mir, Junge! Niklas ist es! Er war gar nicht bei mir! Ihr seid zusammen, GLP und Palutti! Ja! Ja, aber er war gar nicht bei mir! Philipp, rede! Ja! Rede, Philipp! Rede, Philipp! Hey! Du hast einen grünen Block in der Hand! Warum? Du zeigst! Er ist es! Hä? Wieso? Ich hab's ja nur ge... Ich hab den grünen Block gedacht. Das darf man aber nicht! Vielleicht hast du auf... Ey! Er hat quert! Er hat quert! Ah! Was? Seid ihr alle tot? Nein! Ich lebe mal! Natürlich, Regeneration müsste aus sein. Ups! Tschuldigung! Es ist aus! Hinter mir! Da! Unter die Treppen! Na! Komm mit! Ich geh vor! Ich bin eh innocent! Unter die Treppen? Da! Da unten ist er! Da Arschloch! Hinterher! Er hat wenig Leben! Ich hab ihn auch geschlagen! Alter! Das war's! Ja! Ich komm eh! Ganz ruhig! Da hier! Schlag ihn! Nein! Yes! Nein! Ich hatte diese Zeit! Okay! Das war ne kurze Runde! Ja! Das ist ne kurze Runde! Wir... Nächsten Tag kommt jede Folge! Egal! Okay! Hier kommt der Kart! Wir... Gib mir noch ne... Ähm... Ja! Willkommen bei den Cut! Robin ist ein Opfer! Robin ist ein Opfer! Wir haben es gerade gewusst! Und... Liebe Zuschauer! Ich bin gerade gehört! Ich bin gerade gehört! Ich bin gerade gelesen! Äh... Anton ist wieder Detektiv! Das Detektiv! Ja! Weißt du... Ach! Was heißt denn wieder? Der war's doch noch nie! Doch erster Runde! Er hat mich beschützt! Wie ich Trater war! Ja! Du bist immer noch Trater! Anton! Du bist immer noch Trater! Du bist immer noch Trater! Du bist immer noch Trater! Ich bin wieder in die Kamera gehen! Ich beschütze mich mal! Ich beschütze mich mal! Ich beschütze mich mal! Ich bin hinter dir! Ich beschütze mich mal! Ich muss der Robins Antwort lesen! Warte ich beschütze dich! Ja! Warte können mal das Morgen am Mittwoch machen! Weil da habe ich acht mehr Zeit! Und heute habe ich sowieso nur Bock auf LOL! Als Morgen fix Minecraft aber heute vielleicht noch BF1 heute! BF1 später noch heute! Ach! Okay dann machen wir! Starten wir das Projekt! Ein Megaprojekt mit Robin! Okay Frank! Okay ich bin eh schon fertig! Danke Robin! Geht bitte nicht bis zum später! Ich will nichts! Du bist nicht sehr du hast nichts! Ja ich weiß! In der Hose! Doch! Er hat noch weniger als Robin! Noch weniger als Robin! Gut! Das Piepsen kam im richtigen Moment! Okay gut! Bato! Ich möchte Bato! Bato! Wo bist du? Ich bin oben im Spiel DJ! Wer ist der Tag denn? Bato! 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 Leier! Ich konnte manchmal nicht sehen! Weil du bist... Deine Hautfarbe ist wie Holz! Ja! Was ist das? Das war für dich das Witz! 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 Das war für euch gegenseitig zu schlagen! Das ist uncool! Jetzt schlägt ihr euch schon wieder gegenseitig! Oh! Ich glaube eh ist Jamal! Was ist Jamal? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Du kommst ja wo du zu mir aus! Und schlägt mich! Bato! Bato! Anton! Ich glaube Pascal ist es wieder! Er dreht schon wieder durch! Er dreht schon wieder durch! Er dreht schon wieder durch! Er darf sowieso durchdrehen! Jaja! Der kriegt das niemals! Das ist Grundprinzip! Ja wie kriegt das niemals! Das ist Grundprinzip! Ein Diablo! Ich weiß nicht wo! Wer war? Der Klo ist ja nicht! 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 Warum bist du so dumm und hört das nicht ein Detektiv? Das war mir langweilig! Und Philipp war so geil in der Kamera! Ich seh dich nicht! Das war so lustig! Da! Hier ist dein Tod! Okay! Hier! Und töten! Okay! Ich hab so! Ich hab so! Ich hab so! Ich hab so! Weiler! Da drin ist nicht Philipp! Da drin ist nicht Philipp gut Deutsch! Ich bin auch nicht da drin! Ich bin auch nicht da drin! Nur Bato nicht! Ich hab richtig Angst für dir! Ich hab auch Angst von mir! Nicht da drin! Bitte auch nicht! So wo ist der hin?! Wie neee! Der ist da nicht drin! Der ist da nicht drin! ja er kommt auf mich zu du musst das schwer vom detective wirklich mal ich hab's nicht mal ich hab das spiel verlassen egal ich bin ich bin wachter schwer des detektivs ich muss warte ja es legt machen ja es legt ich muss cut machen ich bin nicht unsichtbar ich bin neben dir ja aber lebst du noch ja ich bin ja neben dir ich kann nicht die tür aufmachen gut versteckt sich hier ich beschütze ich hab das diamant schon mal so wie es gestehen wir sollten offen bleiben er viel ist auch gestorben ja philipp ist auch tot ich bin voll die große seine wolle herumliegen ja ich habe eh ein paar wollen und er ist könnte ich könnte auch hier gehen ja weil dann haben wir jetzt das zugemacht bleib einfach offen bleiben wir hoffen dass wir sind dass er von wo kommt da gehen wir raus das ist viel besser mit dunkelheit ja aber hier ist laver und die scheiße ja ich weiß aber hier ist draußen ist gut gehen wir zum pool äh da ist abgesperrt aber egal nein ist nicht man kann drüber jumpen ja ich weiß sogar wie mit unbedingt so wohl das schaffst du nicht bad du ich weiß dass ich habe ich habe ich glaube ich war von der anderen seite ja liebe zuschauer pascal böser mensch wieder was kann weiß ich habe doch gesagt dies offensichtlich wieder angestiegen hat als ihn geschlagen hast wir haben mich teleportiert ich bin ich bin über euch er wollte zu mir ich wollte zu dir ich habe gerade gegen ihn gekämpft ich habe gerade gegen ihn du hast mein leben gerettet du hast mein leben gerettet wie unfair wie unfair einfach ich habe noch zwei leben wie unfair einfach wie unfair einfach wie fucking monster lebst du noch? lebst du noch? nein ich bin tot ok gut wir haben gewonnen ich geh so ich geh so ich geh so einfach ich wollte runter ok aufweil steht in der ecke pascal tötet fast tötet ihr mich ich schlag einfach auf ihn drauf oder teleportierst du mich? aber du bist so gestorben wo wir vorher waren oder was? na du bist so gestorben gewesen ne ich hätte dich getötet alter wir werden zusammengestorben du idiot ne weil mein Fuß kaputt geht nicht deiner ok das wars mit der Folge liebe zuschauer nächste Folge bei pascal tschüss ich hab gewonnen ich hab gewonnen